Wo sind wir hier eigentlich? Kannst du uns auf dieser Karte sagen, wo wir sind? Du siehst, wir sind Tänzer. Wir sind in Vienna. Stopp! Es geht hier nicht um irgendein Theater, es geht um das Wiener Burgtheater. Wir haben so einen Elan da drin gehabt und dann bremmst du es aus. Bremst du es überhaupt nicht aus? Natürlich bremst du es aus. Jeder Scheiß-Wort heißt hier Scheißgleich. Was machen wir hier? Ich sit hier mit so einem Lappen rum, den ich sowieso nicht lesen kann. Otschklamide. Warte!